Mitgelaufen, warum sollte man sie verscheuchen, wenn sie auch einer Kraft des deutschen Landes sind und unsere Präditoriäten des Volkes da haben? Kann ich das nochmal hören? Ich konnte intellektuell nicht folgen. Kann ich das nochmal hören, bitte? Diese Mitgelaufen, warum sollte man sie verscheuchen, wenn sie auch einer Kraft des deutschen Landes sind und unsere Präditoriäten des Volkes da haben? Erst hatte ich Zweifel, aber jetzt bin ich dabei.